Die Aufnahme läuft. Automatic Moneymaker Martin ist am Start. Das bedeutet, richtig! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Krypto-Noobs. Sechsmal die Woche gehen wir für euch über den YouTube-Ether und versorgen euch mit den aktuellsten Nachrichten aus unserem Krypto- und NFT-Universum plus unser Mittwoch-Speciale. Jeden Mittwoch gibt es eine Sendung, die sich explizit um NFTs und Blockchain beziehungsweise Play-to-Earn-Games kümmert, beziehungsweise widmet. Und jede Woche stelle ich euch in dieser Sendung ein Spiel vor. Diese Woche war es Phantom Galaxies. Es ist ein sehr nice Spiel, bin ich sehr bullish drauf. Guckt euch die Sendung gerne nochmal an. War sehr interessant und wie gesagt, ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr nicees Game. Okay, bevor ich loslege, könntet ihr uns noch 1, 2, 3, 12 gefallen tun, damit wir mit euch zusammen natürlich, es geht ja nur mit euch, wachsen und gedeihen können und von YouTube weiter in den Ether gespült werden. Und zwar einmal die Sendung liken, dann unseren Kanal abonnieren und drittens die Benachrichtigungsglocke hier, die kann man auch abonnieren. Alle drei Sachen sind sehr wichtig für den Algorithmus und vor allem damit wir von YouTube in den eben genannten Ether auch gespült werden. Folgt uns auch gerne auf Instagram, auf Twitter, teilt vor allem unsere Sendung da, verlinkt uns das, auch sehr wichtig, beziehungsweise freut sich der Algorithmus auf jeden Fall drüber. Und, genau, Kommentare voll ballern für Hashtag, ihr wisst genau, was los ist, meine Damen und Herren. Für den Algorithmus, meine Damen und Herren. Also, das war wieder kurze Rede, ganz viel Sinn. Wir gehen mal in Medias Race, gucken uns die Top 100 an. Solltet ihr das erste Mal eingeschaltet haben, herzlich willkommen an Bord. Hier haben wir die Gains und Losses. Ich mache das mal ganz kurz ein bisschen nach oben. Gains und Losses ist der letzte Stunde hier. Der letzten 24 Stunden hier. Die drei Spalten sollten sich dann wie von alleine erklären. Hier können wir sehen, wie weit der jeweilige Coin von seinem All-Time-High entfernt ist und hier, wie hoch dieses war. Ich hatte gestern eine Kleinigkeit vergessen zu erzählen, denn ich rede ja auch immer davon, dass wir uns in diesem Cycle im Moment ziemlich parallel zu dem von 2017 bewegen. Und 2017 war es tatsächlich so, dass exakt am Thanksgiving Day Bitcoin angefangen hat, sich nach oben zu bewegen und dann halt auch nicht mehr aufgehört hat bis Ende des Jahres. Und was sehen wir heute? Heute ist Thanksgiving. Bitcoin fängt an, wieder ein bisschen nach oben zu gehen. Gucken wir uns mal die letzten sieben Tage an. Wir hatten das ja auch besprochen, dass wir uns genau in dieser Range hier wahrscheinlich auch mal so weiter aufhalten werden. 58, 56. Das haben wir ja auch über eine Woche gemacht. Dass wir ungefähr, nachdem wir diesen Tipp hier vor allem hatten, dass wir uns ungefähr immer in dieser Range hier aufgehalten haben. Jetzt gestern nochmal ein bisschen nach unten. Vielleicht so die letzte Ausschüttlung. Und jetzt bewegen wir uns tatsächlich am Thanksgiving Day langsam nach oben. Das sind die letzten 24 Stunden. Der Rest der Coins bewegt sich auch mit. Die Metaverse Coins, einige sind da gerade so ein bisschen am Durchatmen. Das liegt aber auch nur daran, dass die nämlich in den letzten Tagen wieder mega performt haben. Sand ist und Mana sind da wieder zu nennen. Die haben wieder alles auseinandergenommen. Allerdings sind auch Coins wie Engine jetzt mal langsam in Bewegung gekommen. Wo wir gestern drüber gesprochen hatten, dass die noch nicht so wirklich in Bewegung sind. Aber sie fangen halt langsam an, sich in Bewegung zu setzen. Nicht so parabolisch wie die anderen Kollegen, machen das aber auch. Immutable X habe ich mich eingekauft. Wisst ihr ja, die haben auch 10, 20% gemacht. Chain Games. Um die ist es sehr, sehr ruhig geworden in den letzten Monaten. Und ihr wisst ja, die sind auch in meinem Portfolio. Haben endlich mal angefangen, angefangen sich zu bewegen. Und zwar satte 60% von gestern auf heute. Ja, bin auch endlich vorne bei den Coins. Das hat jetzt auch wirklich, ich habe mich eingekauft. Die sind sofort runtergegangen. DCA gemacht. Hat auch nicht so wirklich, erst so nicht so wirklich funktioniert. Und dann, nee, obwohl, nee, stimmt gar nicht. Den DCA, wann habe ich den gemacht? Nee, doch, das hat sich gelohnt. Den habe ich beim letzten Dip gemacht. Da habe ich dann nochmal einen schönen DCA gemacht. Und seitdem war ich immer so 10% hinten, mal ganz nach vorne. Jetzt reden wir endlich mal über 30, 40% im Plus, die ich da bin. Cardano reden wir gleich nochmal drüber, warum die den Dip gehabt haben. Einerseits wissen wir, wir warten auf die Decks, die rauskommen muss. Andererseits ging es um die E-Toro-Geschichte. Dass sie da angeblich gedelistet wurden. Das war ein bisschen eine Falschinformation. Gehen wir gleich darauf ein. Nein, das Einzige, was ich hier gerade sehe, ist eine Buy-Option. Also wenn ihr DCA machen wollt oder ihr seid noch nicht in Cardano drin, jetzt ist die Chance. Und ich glaube tatsächlich, es wird die letzte Chance sein, dass ihr Cardano für diesen Preis bekommen wird. Meine Meinung, bekommen werdet. Entschuldigung. Der Rest bewegt sich so ziemlich parallel mit nach oben. Crypto.com hat jetzt mal ein bisschen Minus gemacht. Meine Güte, die sind in den letzten 30 Tagen aber auch um 270% gestiegen. Das war sogar noch ein bisschen mehr. Das war knapp 300%. Wir sind ja wieder ein bisschen nach unten gegangen. Und der Rest, wie gesagt, der bewegt sich hier ganz entspannt, schön parallel mit Bitcoin nach oben. Uniswap ist auch wieder über die 20 rüber. Trotzdem noch super Buy-Option. Chainlink, super Buy-Option. Ja, hier müssen wir nicht drüber reden. 500% in den letzten 30 Tagen gemacht. Und bei Sand waren es, glaube ich, tatsächlich über 700, 720% gemacht. Würde mich nicht wundern, dass die jetzt tatsächlich mal anfangen, ein bisschen sideways zu gehen oder runter. Aber wie im Moment alles am Pumpen ist, ist alles möglich. Gala hat auch mega performt. Guckt euch das an. 670% auch in den letzten 30 Tagen. In den letzten 7 Tagen nochmal 230. Von gestern auf heute 44. Ja, da habe ich einen kleinen Kamikaze-Move gemacht. Und zwar, das gilt aber nur für 48 Stunden. Und ich würde euch nicht ans Herz legen, solche Aktionen zu machen. Da muss man sich das genau überlegen. Man muss den Markt genau im Auge behalten. Und man darf nicht nervös werden. Und zwar bin ich aus Chainlink gestern komplett rausgegangen. Mit ein bisschen Minus. Ist allerdings auch gut für meine Steuer. Sollte ich die mal bezahlen sollen, haben möchten, können tun, werden, machen. Und bin in Gala rein bei 55 Cent. 55 und den Rest bei 56. Ich müsste ungefähr einen Schnitt haben. Die nehme ich mal kurz mit hier. Von 55,5 ungefähr. Und ja, läuft bis jetzt hervorragend. Und hat der definitiv Chainlink outbeformt. Ich habe hier eine Verkaufsorder bei 883. Wenn die kommt, dann hätte ich meinen Chainlink-Einsatz wieder raus. Würde den dann auch direkt wieder, würde mich natürlich direkt wieder bei Chainlink einkaufen. Und hätte dann hier noch einen ordentlichen Betrag bei Gala, den ich dann durchlaufen lassen würde. Den Rest des Bullruns-Quadrienten hätte ich dann ja auch umsonst. So rechne ich gerade. Bis jetzt geht der Plan auf. Aber ich muss vorsichtig sein. Denn zur Not würde ich mich einfach bei Chainlink wieder einkaufen. Bin jetzt 10% vorne. Deswegen habe ich da ein ganz gutes Polster. Aber Chainlink gehe ich nicht raus und werde mir definitiv meine Coins wiederholen. Also macht euch keine Sorgen. Ich gehe nicht raus oder habe vor, Chainlink abzustoßen. Das war einfach der einzige Coin, wo ich ein bisschen hinten war. Und wo ich das Gefühl hatte oder das Gefühl habe, der braucht vielleicht noch zwei, ja nicht zwei Wochen, aber der braucht vielleicht noch eine Woche oder so. Oder vielleicht auch ein, zwei Wochen, bis er dann komplett explodiert. Und habe deswegen den Move gemacht. Werde mich aber, wie gesagt, so schnell wie möglich wieder einkaufen. So, Cardano. Ihr wisst ja deswegen. Ihr wisst, I'm not a financial advisor. Und genau, was ich gerade gesagt habe. Ich würde euch diesen Move nicht ans Herz legen. Ist mit sehr, sehr viel Risiko behaftet. So, Cardano. Cardano und eToro. Cardano ist gestern auf 1,60, 1,62 oder so gedippt. Hier können wir nochmal sehen. Cardano price sinks to 3-month low after eToro limits ADA trading. Und da sind wir schon wieder dabei. Limits ADA trading. US-Users, auch wieder ganz wichtig. US-Users won't be able to buy ADA on eToro after Christmas. Das finde ich allerdings wieder ein bisschen heftig. Genau, 1,60 waren wir sogar unten. Und zwar, es geht darum, dass eToro bis Ende des Jahres den US-Customern verbieten möchte, Cardano und auch Tron zu traden. Man kann jetzt noch traden und das ist alles kein Problem. Das können wir hier nochmal sehen. The price movement comes on the heels of restrictions on US-holders of ADA and Tron by crypto trading platform eToro. Citing business-related considerations in the evolving regulatory environment, eToro will not allow new ADA or GRX buys after Weihnachten. After Christmas, meine Damen und Herren. The platform will also pull support for staking of ADA and Tron starting December 31st. Also nochmal, ihr könnt, genau, hier können wir es nochmal sehen. Das ist wichtig für die US-User. Current users can maintain their holdings or sell them. Although eToro says it will begin limiting ADA and Tron sales early 2022. Ah, okay. Dann soll sich das wahrscheinlich auch nochmal ausweiten. Im Moment gilt das aber nur für Tron und für ADA. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was bei eToro noch genau getradet wird. Welche Kryptos gibt es denn auf eToro? Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an. Ja, da sehe ich auch schon mal zwei Coins, da lache ich mich ja tot. Und bei ADA und bei Tron machen sie den lauten? Verstehe ich gerade nicht so ganz. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal dranbleiben bei dem Thema. Also ich verstehe nicht bei den Tokes, die hier drin sind. Vor allem ist ja nun mal einfach so bei Doge und bei Shiba. Ist ja auch geil, dass man bei Shiba schon in Millions dahinter schreiben muss, weil das so viele Coins sind. Naja. Aber dass man dann nicht vielleicht die beiden Projekte nimmt. Also Bitcoin Ethereum ist klar. XRP ist auch gerade sehr volatil. Dann, naja. Egal. Auf jeden Fall ist es so. Nochmal. Es gilt im Moment nur für die US-Kunden. Für uns nicht. Für den Rest der Welt kann ganz normal weiter Cardano traden. Und hier können wir nochmal sehen. eToro ist halt für 1% des kompletten Cardano-Trading-Volumens zuständig. Beziehungsweise war das in den letzten 24 Stunden. Und das ist natürlich nicht wenig Geld. Muss man sagen. Allerdings. Ja. Es hat auf Tron natürlich auch Auswirkungen gehabt. Die haben allerdings ein bisschen kleineres Market Cap von 7 Milliarden. Die sind 6% runtergegangen. Die hat sich ganz so doll getroffen. Und wie gesagt. Wichtig ist auch mal, was hier steht. Das ist nämlich ein schöner Tweet hier. Let me get this straight. Cardano just got listed on a major crypto exchange. Bitstamp. Ist auch eine der ältesten, glaube ich. That does 513 billion in volume a day. But all I am seeing is negative news about Cardano getting delisted from a small exchange that only does 67 billion. Follow the data. Und da hat er nämlich schon wieder recht. Und das ist, was ich auch eben meinte. Es ist wieder ein bisschen fattgestreut worden. Ein bisschen falsche Information. Denn, er sagt hier, lass mich das mal ganz kurz klarstellen. Also Cardano wird gerade bei einer sehr großen und alten, also das ist aber positiv in dem Sinne, also eine gestandene und eine der größten Exchanges Börsen wird gelistet, die ein Tagesvolumen von 513 Milliarden Dollar hat. Und dann geht der Preis runter und es wird fattgestreut, weil sie von einer kleinen Börse gedelistet werden, was sie by the way noch nicht mal sind. Denn, wie gesagt, es geht nur um die US-Holder. Und die haben einen Tagesumsatz von 67 Milliarden. Das ist mal neunmal so wenig. Oder ach, dann halt mal weniger als der Umsatz von Bitstamp. Und keiner redet darüber. Also eigentlich gab es sogar, wenn man das so sieht, gestern eher positive News für Cardano. Das hätte halt die positiven News so ein bisschen runterreden können. Wisst ihr, was ich meine? Aber eigentlich gab es positive Nachrichten. Von daher, wenn ihr auch Holder seid, lasst euch davon nicht beeindrucken. Das ist wieder ein bisschen falsche Information gestreut worden. Wie gesagt, auch dass Cardano halt gedelistet wurde. Sie sind nicht gedelistet worden. Definitiv nicht. In den USA sind sie im Moment auch noch nicht gedelistet worden. Das stand auch, die Kunden können sie noch halten. Man kann nur keine mehr kaufen und man kann keine mehr staken etc. Das ist de facto ab Weihnachten verboten. Und sie haben halt gesagt, ab Anfang 2022 wollen sie wohl auch das weiter regulieren. Allerdings haben sie auch gesagt, das habe ich eben ganz vergessen zu erwähnen, dass sie das halt auch machen, wegen dem neuen Gesetz, was rausgekommen ist. Dass sie halt Angst haben vor den neuen Regularien, die vielleicht auf Krypto zukommen und das deswegen gemacht haben. Deswegen macht es für mich allerdings keinen Sinn, weil dann musst du es mit allen Kryptowährungen machen. Also dann nicht auch noch mit Doge und Shiba. Dann musst du es vom Ding an mit allen Währungen machen. Ich verstehe wirklich nicht, warum mit den beiden. Tron ist zwar eine Zombie-Chain, aber die machen nichts Schlimmes. Das Cardano hat mega stark performt eigentlich dieses Jahr. Macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Und nochmal, nur für US-Customer. Und sie sind bei Bitstamp gelistet worden, die ein neunmal so höheres Volumen, Tagesvolumen haben als eTorbo. Also entspannt euch alle Leute. Ja, wir gucken uns die Rarity-Tools mal ganz kurz an. Dann gibt es eine Nachricht aus unserem NFT-Universum. Komm, ich gucke auch mal auf die Uhr, 14 Minuten und dann reicht es auch für heute. Ich habe hier nichts gefunden. Nichts Neues, was mich anspricht. Ich habe aber auch zu euch gesagt, ich bin im Moment nicht mehr auf der Suche nach Mintz. Denn mir ist das gerade alles viel zu gepumpt. Viel zu viele NFTs, die rauskommen. Es sieht alles zugleich aus. Die einzige Möglichkeit, wie man Geld machen kann, das wäre dann tatsächlich über irgendwelche Journey-Kryptos. Oder wenn Alex Becker, Elio Trades, Brett Malinowski etc. Wenn die irgendwelche pumpen, da müsst ihr mal ein Auge drauf haben. Dann kann man mal gucken, ob man da rein möchte. Also lege ich euch die Sendung sehr von den Kollegen ans Herz. Auch von Bento Boy. Der Kollege ist zwar erst 16, aber macht sehr nice Content. Gefällt mir sehr gut. Also guckt euch die Kollegen mal gerne für die Sales an. Und schreibt das dann auch gerne bei uns in die Kommentare. Oder auf Twitter. Verlinkt uns da irgendwie. Vielleicht wird das wieder was. Einfach nur, weil Affen dabei sind. Aber für mich ist das im Moment alles ein bisschen zu Matsch, was hier bei Ravid. Also was hier rauskommt gerade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was hat Toshi Legends und so. Ich weiß nicht, ob demnächst was bei Superfarm rauskommt. Das werde ich nochmal für euch im Auge behalten. Bei Vivi sind im Moment sehr viele Comic Drops. Die sind auch schon für 7 Dollar zu erhalten zum Teil. Und da kann man auch ultra rare bekommen, die dann sehr viel Geld wert sind. Wert werden werden. Wert werden werden ist auch sehr schön. Die werden sehr viel Geld wert werden werden. Meine Damen und Herren. Hashtag wert werden werden. Da kann man aber auch mal für geringeres Geld sich einkaufen. Ich hatte euch auch gesagt, die Hip-Hop-NFTs könnt ihr euch kaufen für 50 Dollar mit PayPal. Ihr könnt bei Vivi euch ganz normal über eure Handy-App, könnt ihr euch einen Account machen. Und könnt dann über eure App, könnt ihr dann da auch die NFTs kaufen. Beziehungsweise euch da die Gems aufladen, die ihr zum Kaufen braucht. Und wie gesagt, es geht bei 7 Dollar los. Muss man kein Millionär auf jeden Fall für sein. Das ist der einzige Drop, der mich interessiert nächste Woche. Und das ist auch ein Drop, über den wir vor 2-3 Wochen schon geredet haben. Ich glaube, das war Anfang November. Genau, 2. November hatten wir es auch bei uns in der Sendung, dass Matrix-NFTs rauskommen. Und das Nice ist, dass es einmal, man kann einmal wählen zwischen einer roten oder einer blauen Pille. Genau wie im Film. Wenn du die blaue Pille nimmst, dann bleibt dein Charakter in der Matrix. Wenn du die rote nimmst, dann wirst du zu einem, oder? Genau, du bleibst in der Matrix und wenn du die rote nimmst, dann wirst du zu einem Resistance Fighter. Zu einem Revolutionär, der gegen die Matrix kämpft. Ich finde die sehr nice. Was ich auch sehr nice finde, ist der Preis. Denn es ist tatsächlich zu bezahlen. 50 Dollar kostet hier einer von den Kollegen. 30.11., also nächste Woche. Ich werde euch ab und zu nochmal darauf hinweisen. Aber gestern ist mir das nochmal vor die Flinte gesprungen. Deswegen wollte ich euch das nochmal zeigen. Also 30.11. Matrix Pre-Sale Reinder. Würde ich auf jeden Fall sagen. Und wie gesagt, es sind 50 Dollar. Die finde ich eigentlich auch ganz nice. Da kommt, glaube ich, auch eine neue Kollektion raus hier. Goon Squad von Space Jam. Sind die schon draußen? Ne, sind auch noch nicht draußen. Ah, ne, die kann man bekommen. Ah, okay. Wenn ihr drei Space Jam NFTs burnt, dann bekommt ihr einen von denen. Ah, okay. Finde ich auch wieder. Das ist eine sehr, sehr nice Idee. Nifties im Auge behalten, Leute. Es gibt nicht viele Drops bei denen. Aber die, die es hier gibt, die finde ich bis jetzt alle sehr, sehr nice. Und wir wollen auf jeden Fall bei der Matrix nächste Woche rein. Beziehungsweise ich möchte das auf jeden Fall. Eine kursetnackige Machtanalyse. Denn wir haben uns ja auch gestern und vorgestern den Markt ausgiebig angeguckt. OpenSea heute wieder ein bisschen Minus gemacht. Über die Woche sind sie jetzt auch im Minus. Gestern waren sie noch im Plus und vorgestern. Wie gesagt, aber das hatten wir besprochen, lag an dem verkackten Journey NFT Sale. Und die sieben Tage haben wir uns auch gestern mal genauer angeguckt. Deswegen gucken wir uns heute einfach mal nur die 24 Stunden an. Trader sind dann auch, ja, es ist ziemlich gleich runtergegangen. Würde ich mir keine Sorgen machen. AXI verliert wieder ein bisschen Trader. Gewinnt im Volumen dazu. Allerdings ist das, was wir hier, wie gesagt, beobachten müssen. Der Average Preis. Der geht halt gerade runter. Guckt euch das an. Und das ist der Preis, an dem man sich orientieren muss. Denn die Kollegen möchten damit Geld verdienen. Und wenn dieser Preis hier ins Bodenlose steigt, stürzt, können die Leute auch irgendwann kein Geld mehr mehr damit verdienen. Und ihr kennt meine Meinung zu AXI Infinity. Wenn ihr da früh drin gewesen seid, herzlichen Glückwunsch. Wartet noch ab, ein paar Monate. Beziehungsweise habt das aber genau. Wartet den Bullrun ab, habt das aber im Blick. Ich glaube, das ist eine Blase, die könnte vor der NFT-Blase platzen. Und wenn wir, wenn die NFT und die Gaming-Blase platzen sollte, und wir in den Bären, was heißt sollte, sie wird platzen, und wir werden definitiv in einen Bärenmarkt gehen, dann glaube ich, wird das hier ganz, ganz böse enden. Ich wiederhole mich da, aber ich muss das auch machen, weil ich euch auch schützen möchte. Ist meine Aufgabe, meiner Meinung nach, als YouTuber. Meine Damen und Herren! Also, CryptoPunks, auch mal wieder rasiert mit 19 Tradern. Ich weiß nicht, was bei Atomic war. Vielleicht Boldinho? Du bist bei Wax ja auch viel unterwegs. Kannst das mal vielleicht in die Kommentare ballern, ob da wieder irgendein nicer Pre-Sale war. Ach, beziehungsweise, was soll's. Selbst ist der Mann, meine Damen und Herren. Aber trotzdem danke, Boldinho. Vielleicht finde ich das ja auch nicht so schnell. Dann komme ich nochmal drauf zurück, ob hier irgendwas war. Aber hier können wir nochmal die Partnerships von den Kollegen sehen. Ne, hier kann ich gerade nichts sehen. Wax Blockchain, About Wax. Ach ne, das geht dann ja auch über, wie hieß denn das nochmal? Atomic Hub, ne? Ja, Atomic Hub Wax. Die Zeit nehmen wir es nochmal kurz. Genau. Gucken wir mal, ob hier irgendein Sale war gestern oder so. New Listings. Ich kann ihn gerade nicht sehen. Also dann, wie gesagt, komme ich nochmal auf mein Angebot zurück. Boldinho, ballern wir in die Kommentare. Gab's da irgendwas? Irgendeinen Grund? Weil 94% ist ja auch schon mal eine Ansage. Decentraland hier 233% nach oben geballert. Das ist der Marktplatz von Mana. Ne, von Mana, von Decentraland. Mana ist die Währung. Sorry, Leute. Und der Rest sieht eigentlich so aus wie die letzten Tage auch. Solana, die Solana-NFTs sind hart am Abkacken. Solana, Diegelte, Eismart, Markt, Markt. Nochmal 71 runtergegangen, von gestern auf heute. Das ist mal richtig, aua. Was haben wir hier noch? Sandbox hat mal ein bisschen Minus gemacht. Das ist aber überhaupt gar kein Problem. Hicket Nunk. Können wir sehen, was hatte ich euch gesagt? Das war verfälscht. Und jetzt kommen wir hier langsam wieder. Normalisiert ist sich. Und ich denke auch, dass das verfälscht ist. Ne, nicht verfälscht ist, sondern jetzt in den letzten 24 Stunden. Jetzt kommen die User langsam wieder an den Start. Solsi, auch Minus gemacht. Rarible ist auf Ethereum, hat ein bisschen wenig. Ein bisschen wenig, ein bisschen Minus gemacht. Jetzt müssen wir nochmal Solana-Art gucken. Solana-Art, auch 37%. Magic Eden, 46%. Also wie gesagt, Solana-NFTs im freien Fall gerade. Allerdings ist das auch nur eine gute Beioption. Glaubt mir, die werden auch wieder durch die Decke gehen. Die fallen halt gerade ein bisschen härter. Vergesst auch nicht, Ethereum gibt es schon ein bisschen länger. Die ist ein bisschen standhafter. Es gibt noch mehr Trader, die da am Start sind. Würde ich mir nicht so viele Gedanken drüber machen. Aber behaltet das im Auge. Wenn ihr ein bisschen Geld überhabt, dann ist jetzt auf jeden Fall eine gute Zeit, ein paar Solana-NFTs zu kaufen. Sag ich mal so in den Raum rein. So, jetzt ist auch wieder aus kurz und knackig fast 25 Minuten geworden. Aber wenn es Sachen zu besprechen gibt, dann besprechen wir die halt, meine Damen und Herren. Wir sehen uns morgen wieder. Ihr wisst, was zu tun ist. Liken, abonnieren, Kommentare vollballern. Wegen der Sicherheit für den Algorithmus. Hier, glaube ich, ballern wir euch noch. Falls ihr die letzte Sendung verpasst habt, ballern wir euch hier immer die letzte Sendung rein. Und unseren letzten Wochenrückblick, falls ihr vielleicht mal im Urlaub wart. Letzte Woche oder ähnliches. Ich weiß nicht mehr, was ich gerade sagen wollte. Bis morgen. Tradeway. Gabt euch wohl. Mamba. Out.